Wir begleiten eine Vielzahl an Industrie- und Dienstleistungsunternehmen auf dem Weg der digitalen Transformation. Wir haben dabei eigentlich ein Best-Practice-Verfahren entwickelt, mit dem wir sagen, dass man tatsächlich auch zum Ziel kommt. Im Prinzip basiert es auf drei Bestandteilen. Zum einen auf dem Weg der internen Transformation. Das heißt, hier geht es wirklich darum, das Unternehmen selbst fit zu machen für die Veränderung, die da ansteht. Für solche Themen wie Innovationskultur, digitale Strategie, Roadmaps zu erarbeiten, alles was eben intern wirkt. Der zweite Bestandteil ist die evolutionäre Transformation. Hier geht es im Kern darum, bestehende Produkte oder auch bestehende Dienstleistungen digital zu erweitern und eben neue Wertschöpfung auf Basis bestehenden Services anzubieten. Und der dritte Bestandteil ist die revolutionäre Transformation der Geschäftsmodelle. Hier geht es dann darum, sich mit innovativen, ganz neuen, digitalen Geschäftsmodellen in neue Märkte zu bewegen.